Lesen Sie weiter Hab ihn bekommen, hätte vorher einen von Gerrit nichts Spahnendes gefunden. Mit dem 10.10 bin ich dasselben nochmal abgelaufen und gleich zwei Münzen gefunden. Einziges Mengo ist wenn Wiese oder Acker leicht feucht ist spinnt er aber mit einer Plastiktüte lässt sich das Beheben bei Regen funktioniert das leider nicht mehr aber ansonsten super Teil und macht Spaß und man findet sehr viel. Top Gerät hab erst angefangen zu sondeln und auch sofort was gefunden. Bin begeistert. Ben Produkto Klick Link in Description for more reviews. Thanks for your watching. Chorra 2 4 2 4 Untertitelung des ZDF, 2020